Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie, dass ihr Staden sie seinen Befehl zu widersetzen? Oh, weit ist das einfach gekommen. Der Bied hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, so da hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverreichtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feiglinge verreichtert Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Neust des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lagen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Lumpen hielt! Es hat mit denen nur ein Fischkirchen... Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um gar nicht alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie... Ich war nie auf einer Akademie... ...geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Soffen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerla! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!